ich habe diese stelle diese stelle ist echt richtig übel weil da hat man keine chance jemand zu heilen also wir dürfen nicht sterben also farin es ist echt eine schwerste stelle weil hier davon echt nicht sterben weil du kannst die wieder heilen das ist so du kriegst die sicherlich weg wir kommen ja die ganze zeit immer wieder ich habe ja die hoffen dass ich vielleicht auch ein stäbchen finde irgendwo ich werde auch keine kann auch beim wähler haben noch rufen ja gegen goblins ja das stimmt au ich schütze uns mal so der ort ist weg jetzt kommt die hier kbh ich habe nur angst dass er der stadt zerbricht ich werde mir niemals verbrauchen und das beklopft wird wird auf die haa alle gerade alle auf die kreischt auch nicht eingeschlagen wie der aussieht wobei mir jetzt wirklich vorgehen es ist richtig wobei einer hat kein kopf mehr okoy typ gerade liegt es sieht verlustig aus die wahl er hat die Glatze und irgendwie sieht er das sieht irgendwie aus wie so ein Mensch der Kreuz mit dem Elben Ah, das tut mir leid, sollen wir jetzt den Bogen erstmal auf die Deserteure drauf gehen Ja, das stimmt Aufpackt! Jawohl War einer, super Gut, fahr' ich aus dem Weg, ich muss da die Deserteure töten Shit, ich hab' keine Kraft mehr Meine Kraft ist zu gering Ich schütz, ich schütz dich mal Ah, ich hab' gar keine Kraft mehr, stimmt ja, 6 Aus dem Weg Die Deserteure, oh gut Gut, der ist weg Ja, geschafft Okay Alla, die Stelle ist echt asozial, finde ich Lass du sich extrem konzentrieren Ah, boah, 100 dp, also fast Ich bin schon fast wie in Level 8 Hä, hab' ich jetzt mein Level vorstelle ich behalten? Ja, gut Nein, ich hab's verkackt, aber ich hab noch Aber einfach, ich muss sogar so meine Skills angucken Soll ich mir so auf Angriff oder auf Verteilung gehen? Ist mir voll egal Ah, ich weiß nämlich nicht, wer schaffen wollen Macht, Worte und Sturmfähigkeit ist das hier Sturm? Ja, Sturm und das ist Machtwort, genau Meister des Stabes, Stab-Diratschütze Die Einnahmen weg Oh, das würde ich auch gerne machen Hat er eins um einen Okay, gut Ich geh jetzt mal für Handkampfgriffe, da kann ich nämlich auch mein Schild explodieren lassen im Notfall Und dann sterben die Gegner, Alter Ist auch nämlich extrem viel Schaden, hab' ich gelernt durch Komm, wir haben jetzt vorgaben, dass wir es geschafft, ja Wirklich? Wir haben's geschafft Ne, aber nicht, jetzt kommt hier doch erstmal ein Kampf Genau, was ich brauchte Bitte ein Schwert, bitte, bitte, bitte Ne Ja, ein Schwert Ein Schwert? Boah, ist auch ein Stab drin? Na, ich weiß nicht, also wir nicht Oh, ne, Arnor 2, da ist er nur drin, was? Das wird... Ich kann die doch noch ein Schwert geben Ich kann keine Schwerte benutzen Die sagt mir das Doch, irgendwie schon Das ist ein Handwerter Ich hab' hier ein gutes Schwert, das geb' ich mal fahren, glaub' ich Das ist 59 bis 91 Was ist das? Ich geh jetzt auf den Zweihänder Hier, ich geh' dir auch mal Und ich kann jetzt meinen Ring benutzen, einen Ring Ja, ich hab' nen Ring Mein Schatz Oh, das ist sogar noch besser als meins Kuchen in der Herstellung Frist es nicht Ich hab' einen Kuchen grad gebacken Mit bloßen Händen So, ich muss mit zwei Nacht kämpfen Lass mich das mitnehmen Das kann ich, das kann ich, das kann ich doch mal was braun Hä, ich, ich hör' das immer So Ich bin dafür, wir gehen jetzt weiter LOL Ich muss erst noch Kuchen backen, ja Also wenn du irgendwas zur Heilung brauchst, dann kann ich dir was geben Was sind da? Du musst dein Kokskuchen Schön Tja, ich hab' hier den Jedi-Stab Also, dieses Jedi-Laserschwert Das kommt erst mal in Epic Fight Fick de Ah, haha Ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich scheiße Okay, ich hab' keinen Taten genommen Ah, da fahr' ich nie aus dem Weg, du fetter Zwerg Ja, pass mal auf, ich mach' jetzt ein Schild Tja, Freunde, sammelt euch bei diesem Heil-Sammel-Licht Dummer Fahri, der geht mit der Armbrust immer in der Reihe, den Kaker Und jetzt geht er auf den Magier gleich Okay, ich mach' den Magier weg Wir müssen auf die Orks gehen und auf die Magier Alter, der kann schießen, während ich auf ihn einschlage Legge, das hab' ich dir Ah, ich hab' dir den Kopf abgetrennt So, gleich müssen wir unsere Stellung hier halten Die kommt doch nicht durch, eigentlich Wodurch? Da, durch, hier durch Da gibt's irgendwie so'n Pakt Ja, aber jetzt kommt die gleich von der Decke, glaub' ich War das hier? War das hier? Wurde die von der Decke kommen? Glaub' ich schon Ähm Jetzt hast du mir den Schlag versaut Den hebt ja noch So Jetzt muss ich erstmal wieder skillen Sie kommt durch die Decke, aber was macht da? Er ist fast skillen Ach, kacke, ich werde angegriffen Ja, wir können nicht alles für dich machen Doch, ihr könnt zum Beispiel meine Nahrung pürieren Das muss warten So, ich hab' jetzt gerade eben das Viech hinter dir wegehauen Boah, wie ist die manchmal wegsämmelt Ich mag das Wort wegsämmeln Der, der, der die Orks zerfetzt hat Ich hab' keine Worte auf dir, Scheiß, die Decke, mein Gott Tja, ich bin davon verschont geblieben Gott, Gott 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 Ey, das darf doch nicht wahr sein Ich hab' nicht Ich hab' nicht Ich hab' nicht Um mich zu töten Und da kommt von den Hintergrund der Tür Ich hab' nicht Wirklich? Ist du tot? Hä? Was macht der da? Mach' der Spagat? Guck' dir mal den Typ da an Steht der bei der auch so da? Steht der bei der auch so da? Siehst du den? Äh, Kollege? Ich bin in dir Okay Kollege, was macht's denn? Äh Er könnte Pantomie bewerten Okay, komm mal hier Er wird ihre Kopf von dem an Die war die Kopf davon Der erklärt, er hat der Katte den Kopf angesehen Ja, also, diese Seite, die Orks Die Tülle stecken in dem Gesicht von dir weiter Moment, ich guck gleich noch mal sobald's die weg haben Was sind die dümmsten, äh Computergegner ins Spiel hier was meinst du hast die wasser kriot oder einer ohne stab schaffe ich das nicht da ist noch eine kiste wenn da kein stab drin ist dann bin ich tot da ist kein stab drin er hat Karte da ist noch alt wird ein paar Stapel durch sechs aus ich hab neues Ding gefunden vom Set aber ich hab keinen na gehen wir weiter Schaftschutz warte mal warte mal ich muss ich glaube ich noch ein anderes Gegenstand von dem Setup Helle Flamme in Farin der neuen Gründe der hat so ein Wert so eine Achse in der Hand äh wie so ein ein ja ich glaube ich nehme die einfach mal es gibt gemeint Guck mal meine neue Hose an wie cool die aussieht Abwech der Fahre ein kurzes Schild Guck mal meine Hose an Guck mal meine Hose an Guck mal meine Hose an ich hab hier grad bei Ikea gekauft wenn man will da kann diese Gegner nicht aufnehmen Guck mich doch mal an Ja doch Da guck mal meine Hose an Da guck mal wie die Glitzer hat Ja toll Glitzer Glitzer Ich mach deine Glitzer Steintenotik Ich will nicht Ich auch nicht Von wo kommen die jetzt her ja wo kommen die jetzt her Äh hier Ehrlich jetzt Komm die kam die aus der Wand geflutscht oder was Das sind ja kleine Glitschige Helden die kommen ja überall durch Oh ne Aufnahme von den Gesichtern Oh gleich Oh kann ich nicht so'n Helm haben KBRBH Du kannst nicht vorbei Oh Gott wir werden verreckt Mit einem mächtigen Zauberschloss versperrt Kannst du den Bann brechen Vielleicht Aber es erfordert Zeit und volle Konzentration Dann solltest du am besten an den Bann 2 oder 3 Okay ja Ähm du hältst Wache und ich schau ab Okay Ähm also Wollen wir uns doch lieber mit Aganda verbünden Ähm ja Aganda Junge da oben Wir sind bei dir Wir kennen die Pläne Wir wissen wo die Aeroth und Kukra die ihren Sitz hat Und wir wissen auch wo Frodo ist Ne wir wissen auch noch gar nicht Wir wissen doch gar nicht was mit Frodo Wir sind ähm mit Aragorn befreundet Wir können nicht sagen wo Halberath sein Lager aufgeschlagen hat Ähm und wo Nordi Bad ist Und da Und wir wissen auch Vertrauen und Skandal ist so So ich hab grad Ork gekämpft Du bist schon dass grad wieder die neue Gegner wenn der kommt Kacke Junge Da kommt der Da kommt zwei Orks Junge da kommt zwei Orks Okay der ist tot Reih Na dann mach doch mal Wir rufen dann auf jeden Fall Wehleram bei den Fräulen Ist er tot? Ja er ist tot Wir müssen auch Wehleram bei Aganda rufen Da kommen noch mehr Zombies Ähm ich meine Orks Okay warte Bam ist voll weg Warum macht das kein Flächenschal eigentlich Ähm du kommst nicht vorbei Nein Geh weg Farin Helm über der Elbin Ich bin gleich down Au 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 Heiltrang Es leckt Oh Gott Wow Okay ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme Ah hallo Freunde wir sind wieder da bei einer weiteren Failaufnahme Da ist ein toter Troll wo er auch der immer herkommt Und Weil der Master alles geregelt hat Ja genau Der Master Ich komm dir gleich mal meinen Stab rein im Master Gar keine Items für mich Keine Erfahrung Nee Echt jetzt Jetzt müssen wir aber hier rein weiter Wie lange hält dein Stab noch? Hä mal wo müssen dir so viel lernen Irgendwie höre ich hier mit den Orks Komm wir machen den Bossgegner noch Und dann Okay ja ja Kann ich auch was mit Bela plaudern? Ja Ja Glück Also ihr habt jetzt nicht gesehen wie wir Also wie Der Master hier den Arsgut gekillt Ähm Arsgut Im Ball Ist auch nicht Ist auch gemein Den Ballrock Den Troll Den Troll gekillt hat Und übrigens Der hat so geflucht Da war jetzt echt lustig Also er hatte fast verkackt die Aufgabe Auf jeden Fall sind wir jetzt drin Das wie ich kann nicht mitkommen Deswegen steht es hier rum Und Ja Gehen wir mal rein Um Arana zu töten Das regt immer noch auf Ey wirklich Es ist so asozial Und André war zwischendurch mal da Ist gut Also sie hatte keine Arme Und kein Gesicht mehr Und nichts Also einfach nur so einen leeren Umfang Der Ruf rei Es war so asozial Weißt du André wird andauert Die Söhne Elbrot sind wir angegriffen Helft ihnen Und was macht die beiden Spaß Die kämpfen gegen die fucking Äh gott wieder Obwohl ich allein gegen Troll kämpfen muss Solche Drecksruhen ey Meine Fresse Was denn? Ein Himmelslicht Gehen wir nach Bre Ich kann auch was kaufen Ja Der hat keine Stäbe Okay wir gehen nach Bre Also wir Wir sind bald gleich wieder da Also ich brenne jetzt die Auflage Und dann Bei das Leck dann wie Sau Und das wollen wir euch nicht antun Also bis gleich Wir sehen uns wieder bis gleich Wir sehen uns wieder Bis zum nächsten Mal